Ich bin jetzt am Rosenheimer Platz, Ausgang Steinstraße ausgestiegen, fahre die Rosenheimer Straße bergab, am Hilton Hotel vorbei und dann zur Münchner Stadtbibliothek mit ihrem Vortragssaal. Wir biegen jetzt rechts zum Gasteig ein. Wir sind jetzt am Haupteingang des Gasteigs. Es gibt einen speziellen Eingang für Rollstuhlfahrer mit einer elektrischen Tür. Links der Rolltreppe geht's mit dem Lift in den ersten Stock hinauf. Autofahrer erreichen den Gasteig über die Tiefgarage. Dort gibt es Behindertenparkplätze. Der Aufzug führt in den ersten Stock zur Stadtbibliothek und zum Vortragssaal. Hier finden wir die Information der Münchner Volkshochschule und dort liegt die Stadtbibliothek. Dort liegt die Münchner Stadtbibliothek und dort drüben geht es zum Vortragssaal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017